Mein Herr, wir haben das Vordringen des Feindes in die Burg verlangsamt. Jetzt haben wir die Chance, die Zitadelle von Eindringlingen zu säubern. Versammelt die verbleibenden Samurai und sichert die Burg. Den Göttern sei Dank, dass ihr jetzt da seid. Der Burg wimmelt es vom Feind. Ich habe keine Kraft. Ich werde mich im Schreinraum aus... Um zwischen den einzelnen Samurai zu wechseln, klickt das Gesicht eines Samurai im Spielerinterface an, oder benutzt die Leertaste. Oh, wie seid ihr da? Mein Kie ist erschöpft, weil ich den Feind in Schach gehalten habe. Ich werde in den Schreinraum zurückkehren, um zu meditieren. Ich werde im Schrein warten, bis ihr meine Hilfe bringt. Wenn ihr verletzt seid oder fliehen müsst, kann ich meine Magie einsetzen, um euch zu helfen. Klickt auf den blinkenden Button, um zum Daimyo-Interface zu gelangen. Klickt auf das Gesicht des Samurai, um ihn in den Schreinraum eurer Burg zurückzuteleportieren und ihn dort zu heilen oder seine Magie zu regenerieren. Klickt auf den blinkenden Button, um zum Spielerinterface zurückzugelangen. Ich töte und töte sie, aber sie kommen wieder. Jetzt werdet ihr euch um sie kümmern müssen. Benutzt die...